Leute, wir haben jetzt, glaube ich, 3 Uhr nachts oder so und ich habe irgendwas komisches gehört, deswegen wollte ich mal jetzt nachschauen. Oh Mann, ey, Digga, wer ist denn hier um diese Uhrzeit noch wach? Hallo! Hallo, Bro, schläfst du noch oder bist du wach? Hallo? Bist du wach? Ja. Bro, hast du das auch gerade gehört? Ja, ich habe rausgeknallt. Ja, Digga, das ist echt komisch, Mann. Ey, es fühlt sich echt komisch an, Mann. Ich weiß echt nicht, was hier los ist, aber Leute, seit ein paar Tagen habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ich bin ja Carnage und Venom ist ja auch abgehauen. Ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt, weil wir müssen echt unsere Eltern da oben befreien. Dieser Schweinalter hat immer unsere Eltern fast getötet und ich habe das Gefühl, wir werden überwacht. Leute, wir werden gerade überwacht. Warte, da ist Venom. Venom, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Wo bist du? Hier vor dir, Digga. Bro, warum bist du hier? Was ist los? Uns verfolgen zwei komische Leute. Ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon, aber schau nicht hin, damit sie sich nicht merken. Komm mit rein. Wie hast du das gemerkt? Warum laufen die uns hinterher? Die verstecken sich hinter Bäumen. Bro, ich habe das schon gesehen. Ey, das ist schon mal, das ist Kosta. Er hat mich hierher gebracht, um mich eigentlich hier zu verstecken. Warum bist du hierher gekommen? Die haben dich, glaube ich, verfolgt und wissen, dass ich hier bin. Die wissen, dass du hier bist und die wollen uns beide töten. Ey, Venom, was ist mit unseren Eltern? Hat der Meister sie umgebracht oder leben die jetzt noch? Ich weiß es nicht mehr, Mann. Die leben in Gefangenschaft. Am besten, wir hauen hier ab, weil ich glaube, echt, die sind ganz nah hier dran. Die sind ganz nah hier dran. Komm mit, komm mit, komm mit. Ey, wir werden in das Auto steigen und dann werden wir abhauen. Komm, 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 komm. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mal gucken, ob die uns hier noch... Warte, die schauen immer noch, die schauen immer noch. Okay, drei, zwei, eins. Steigt ein, steigt ein. Steigt ein, steigt ein, wir fahren jetzt hier weg. Ey, die dürfen nicht wissen, wo wir hingehen. Auf keinen Fall, Mann. Wo warst du überhaupt, Venom? Wo warst du in letzter Zeit? Ich musste ein paar Dinge erledigen, die was mit dem Meister zu tun haben. Und was hast du genau erledigt? Der Meister wollte die Welt zerstören. Und was hast du genau dagegen gemacht? Ich habe sein Schwert zerstört. Warte, das Schwert, dieses Meisterschwert. Du darfst es niemals zerstören, Mann. Das ist die einzige Waffe, mit der wir ihn besiegen können. So, weil, was anderes gibt es ja nicht. Ich habe daraus was Besseres gemacht. Und was hast du gemacht? Eine Axt. Du hast eine Axt daraus gemacht. Hast du schon mal gesagt. Warte, warte mal. Ich habe gar keine Lust, dass sie uns hinterher fahren, Mann. Scheiße, Mann. Ich glaube, die fahren uns hinterher. Wenn man sieht, diese Streifen-Dings von Rädern. Ey, ich habe hier noch ein paar Freunde hier. Wir müssen uns bei denen verstecken, Mann. Wir haben auch keinen Tank mehr. Ah, ich verliere die Kontrolle. Steigt aus. Nein, die fahren hierher. Die fahren hierher. Wir müssen jetzt irgendwo schauen. Ich habe hier noch irgendwo Freunde. Ich hoffe, dass sie... Ah, schau mal da vorne in diesem Haus. Renn, schnell, schnell, schnell. Wir müssen uns dort verstecken. Nö, schnell, schnell, schnell. Ey, wenn er fragt, warum wir hier sind, wir dürfen ihm nicht sagen, ja? Ja, ja. Weil sonst lässt er uns nicht rein. Das ist der Bruder von einem guten Freund von mir aus Believer Beach. Hi. Servus. Dürfen wir bei dir rein? Wir sind ja Kollege eigentlich. Komm rein. Perfekt, komm hier, bitteschön. Also, wir wollten mal einen Besuch abstatten. Wie geht es dir? Wie geht es der Familie? Alles gut? Mhm, und bei euch? Ja, soweit eigentlich schon alles gut. Ähm, wir wollten nur sagen, dass, 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 falls irgendjemand klingeln sollte, machen Sie einfach die Tür bitte nicht auf, okay? Das wäre uns sehr wichtig. Okay. Da klingelt ja schon jemand. Also... Macht es euch hier gemütlich. Ja, genau. Du kannst ja dann einfach schauen... Machen Sie auf, bitte. Du kannst ja aufmachen, aber du wohnst ja eigentlich hier alleine, ne? Versteckt euch, versteckt euch. Hallo, wir suchen zwei Aliens. Sind sie zu euch gekommen? Aliens? Zwei Aliens. Sind sie verrückt im Kopf? Es gibt es keine Aliens. Doch, gibt es. Wir suchen sie. Und wenn? Nein, ich habe keine gesehen. Okay. Obwohl doch, sind es so zwei, irgendein roter und ein schwarzer? Warte! Ey, da hat er uns verraten. Wir müssen hier irgendwo... Wenn ja, die sind so da vorne langgegangen, zur Tankstelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns so nicht fahren. Okay, bis dann. Ja. Ey, Bro, ich schwöre Danke, Mann, Digga. Ich hätte echt gedacht, dass du uns verraten hast, Mann. Na, alles gut. Oh, Digga, ich weiß echt nicht, warum die uns suchen. Wir müssen uns irgendwo ein Plätzchen suchen. Die schauen da, die fragen da auch noch, wo wir sind und so. Oh Mann, ey. Wenn die hier wieder hinkommen, versteckt euch hier. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll. Versteckt euch dann hier drinnen. Stimmt, Mann, das ist ja voll der gute Versteckplatz. Ähm, denkst du, die kommen wieder zurück, oder was? Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Wenn, du kommst her, komm. Da gibt es die Schießerei, Mann. Da gibt es die Schießerei. Oh Gott, komm mal mit, wir müssen uns weg. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Die töten hier irgendwelche Menschen. Ey, wir müssen hier sofort weg. Geht vom Hinterausgang. Ja, machen wir auch. Ey, lass mal schauen, was die hier machen, Mann. Das kann doch nicht sein. Soll ich mitkommen? Ja, komm mit. Alter, was machen die Psychos hier? Kollege, einer wurde gesichtet. Ey, lasst euch nicht sehen. Lasst euch nicht sehen, ja? Lasst euch nicht sehen, lasst euch nicht sehen, ja? Kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt weiter, kommt weiter mit. Wir müssen zu diesem roten Auto, dann müssen wir weg. Aber die sind in diesem Haus da vorne, schaut mal. Die dürfen uns jetzt nicht sehen. Kommt schnell mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt, kommt. Die dürfen uns auf keinen Fall sehen. Wir müssen, wir müssen in der neue Stadt. Nein, der eine hat uns gesehen, Digga. Steigt schnell ein, Mann. Schnell, steigt ein, steigt ein, steigt ein. Schnell, steigt, 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 steigt. Wir fahren jetzt weg. Lasst uns in Ruhe, Mann, was ist los mit euch? Oh nein, die fahren uns hinterher. Lasst uns in Ruhe, lasst uns einfach in Ruhe, Mann. Was wollt ihr von uns? Ey, wir müssen irgendwo in uns das Verstecken, Mann. Wir haben nicht mehr so viel Tank. Irgendwie in den Wald oder so. Ja, das müssen wir echt am besten machen, Digga. Aber es ist nicht einfach, es ist auf keinen Fall einfach, Mann. So eine Scheiße, Digga. Was ist hier los, Mann? Die verstecken uns einfach hier. Ja, macht, nein, 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 nein. Die sind noch hinter uns. Wir müssen die noch ein bisschen abhängen und dann müssen wir uns irgendwo verstecken. Dann müssen wir noch das Schwert verstecken, habt ihr verstanden? Okay, okay. Oh Gott, die sind direkt hinter uns, Mann. Wir müssen hier, wir müssen sofort weg, Mann. Ich hoffe, wir schaffen das irgendwie. Oh nein, Mann, nein, 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 nein. Wir haben keinen Tank mehr. Wir schaffen das höchstens noch bis da vorne. Lasst uns hier verstecken. Wir verstecken uns jetzt hier. Versteckt aus. Versteckt euch hier in irgendwelchen Sachen, okay? Unter den Treppen oder allgemein irgendwo. Aber wo hast du mit das Auto? Hier im Busch, hier im Busch. Kommt ihr im Busch rein. Sie werden uns hier nicht finden. Kommt ihr im Busch rein. Wo ist Venom? Nein, haben die Venom. Kommt. Nicht bewegen, nicht bewegen. Nicht bewegen, ja? Die werden uns schon nicht sehen, Mann. Einfach nicht bewegen. Einfach nicht bewegen. Die sehen uns nicht. Ja, was ist denn für ein Busch hier? Bewegt euch jetzt ab jetzt nicht. Bewegt euch ab jetzt nicht. Der wird uns nicht sehen. Lass mal kontrollieren den Busch. Ja, lass mal. Komm mal, ja. Hier sind sie. Hey, haupt, 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 haupt. Nein, ey, stopp, stopp, bitte schießt nicht mehr. Wir wollen friedlich mit euch klären. Kommt her. Hebt eure Waffen runter. Kommt mal mit, kommt mal mit. Wir wollen das friedlich mit euch abklären. Okay. Warum? Was wollt ihr von uns? Wer seid ihr? Wieso läuft ihr uns hinterher? Der Meister hat euch geschickt. Was will er damit bewirken? Euch gefangen zu nehmen. Wie, uns gefangen zu nehmen? Damit ihr die Axt nicht verstecken könnt. Welche Axt? Welche... Ihr meint das Schwert. Der Schwert, aber wir haben das schon zerstört. Das Schwert gibt es nicht mehr. Wir haben euch natürlich belauscht. Wir haben gehört, dass ihr daraus eine Axt gemacht habt. Deswegen gebt sie her. Bro, Venom. Wenn, wo ist das Schwert? Er greift an. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Steigt ins Auto ein. Steigt ein, steigt ein. Haut ab, haut ab. Steigt ein, steigt ein, steigt ein. Ey, wir entführen ihn. Wir entführen ihn. Fahr weiter, fahr weiter. Wir entführen ihn. Ey, wir sind jetzt vier gegen einen. Wir sind drei gegen einen. Wir entführen ihn jetzt. Ey, du kannst hier nichts mehr machen. Wir haben Kosta. Egal, man. Scheiß auf Kosta, man. Der wollte uns sowieso nur verraten die ganze Zeit. Ey, du bleibst jetzt hier. Steig aus. Waffe runter. Wir sind drei gegen einen. Sollen wir dich töten etwa? Sollen wir das? Wir wollen euch, glaube ich, nicht töten. Deswegen, lasst uns einfach in Ruhe. Ey, du. Was soll das hier? Bleib da stehen, Mann. Wir haben das Schwert nicht. Geht zu eurem Meister und sagt ihm, dass wir da nichts damit zu tun haben und dass er einfach meine Eltern in Ruhe lassen soll. Verstanden. Oder er stirbt jetzt. Macht ihr das jetzt oder nicht? Ja, machen wir. Also, wenn ihr Neuigkeiten habt, dann kommt ihr bitte wieder zu uns, ja? Ja. Ey, Bro, lass es jetzt gehen. Steig dein, steig dein, steig dein, steig dein. Ey, Bro, wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert, Mann? Wo ist die Axt, Bro? Wir müssen es holen. Ich habe mich in meinem Bunker versteckt. Bro, wo ist dein Bunker? Wir müssen es schnell holen, Mann. Der ist im Park. Meinst du zufällig hier im Wasser? Oder meinst du hier in der Mitte? In dieser Kugel? Ja, in der Kugel. Ehrlich jetzt? Wie sollen wir aber da reinkommen, Mann? Steigt aus. Warte mal. Ey, was ist hier passiert? Der Meister war hier. Der hat den Kreis über diese Kugel gemacht. Warte, ich versuche reinzukommen. Hier sind deine Kameraden. Oh mein Gott. Was ist das hier? Jens. Was ist das hier, Mann? Ich weiß auch nicht. Hier sind Unmenschen. Wo ist das Schwert? Ich glaube, das Schwert hat hier die Welt infiziert. Was hast du hier gemacht, Mann? Hier sind die Zombies, Mann. Was hast du hier gemacht, Digga? Das ist halt, was war passiert, Frau Meister. Wie, Frau Meister? Bist du bescheuert, Junge? Digga, wir müssen hier weg, Mann. Wir müssen hier weg. Wir müssen uns hier irgendwo verstecken. Hier kommen irgendwelche Zombies, Mann. Wir müssen die töten. Tötet die ganzen Zombies. Kommt hier rein. Nein, hier ist ein großer Zombie. Töte ihn. Venom, wir müssen uns hier irgendwo verstecken. Warte, was? Was ist das für eine Fähigkeit? Wieso kann ich hier so weit springen? Oh mein Gott. Alter. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Kommt hier. Nein, die sind wieder da. Die sind wieder da. Die sind wieder da. Ey, was wollt ihr von uns? Weg hier. Weg hier. Weg von uns. Hände hoch. Ey, Bro, die werden uns noch töten, wenn es so weiter geht. Ey, ich brauchst der Kugel schnell raus. Hinten raus. Hinten raus. Nein, das geht nicht mehr gut aus. Das geht nicht mehr gut aus. Ey, lasst uns lieber zusammenarbeiten und den Meister töten. Bitte, lasst uns nochmal überlegen. Kommt mit hoch. Kommt mit hoch. Kommt mit hoch. Kommt mit hoch. Ist okay. Kommt mit hoch. Ey, Venom, komm mit hoch. Wir müssen zusammen reden. Kommt mit hoch. Ey, ich hab nen Plan. Kommt mal nach ganz oben, bitte. Ey. Die Axt hat hier irgendeinen Schaden verursacht. Hier sind irgendwelche Dämonen oder so. Wir müssen jetzt zusammen arbeiten und den Meister töten. Habt ihr verstanden? Ja. Ja. So geht es nicht mehr weiter, dass er denkt, dass er alles in der Hand hat. Venom jetzt morgen früh den Meister angreift. Habt ihr verstanden? Ich weiß, wo sein Lagerhaus ist. Okay. Ja. Ja. Perfekt. Wir machen jetzt noch den Plan fertig. Ich komm gleich wieder. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Mir geht es nicht mehr gut. Leute, lasst jetzt ein Like da. Lasst jetzt ein Abo da. Wir werden morgen früh den Meister angreifen und ihn komplett töten. Wenn euch gefallen hat und ihr das sehen wollt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.